Wer wird SEO-Kanzler? Jeder Webseitenbetreiber kann seine SEO-Fertigkeiten unter Beweis stellen und sich mit der Konkurrenz messen. Ein Begriff, zu dem es vorher noch keine Ergebnisse bei Google gab, wird vorgegeben, in diesem Fall SEO-Kanzler. Wer am Ende des Zeitraums vorne steht, gewinnt. So gelingt eine Top-Platzierung. Die Liste der Ranking-Faktoren ist lang. Um in einem kurzen Zeitraum weit oben gelistet zu werden, sollte sich auf folgende Tipps konzentriert werden. Schaffe einzigartige Inhalte. Kopieren von anderen bringt gar nichts. Liefere dem Leser einen Mehrwert. Der Mehrwert sollte so groß sein, dass deine Inhalte geteilt und von anderen Seiten verlinkt werden. Es muss guter Content sein. Dies sind nicht zwangsläufig nur Texte. Eine gute Seitenstruktur sowie eine Seite mit bereits gutem Ranking bei Google hilft auch weiter. Also ran an die Tasten und teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.